Blubblub Leute, willkommen zurück zu Let's Play Elex. Warte mal, wir wollen den Konverter kaputt hauen. Kriegt der Maschine in Tavar kann ruhig noch ein bisschen bleiben. Wir gehen erstmal nach Ignordon. Toll, den habe ich natürlich nicht. Das heißt, wir gehen von hier aus, maybe? Da gibt es sonst nicht viel in der Nähe. Nehmen wir den hier. Da steht ja kleine Krebs vor dem Schrank und kommt nicht ran. Wow. So klein bin ich auch nicht. Ich bin auch scheiße in Mathe, habe die mittlere Reife mit einer Fünfe in Mathe abgeschlossen. Ja, das war bei mir noch nicht so. Aber, naja, Mathe war nie so meins. Leider. Also doch, eigentlich früher schon. Bis meine Lehrerin in der 6. Klasse zu mir gesagt hat, ich gebe dir keine 15 Punkte. Oder beziehungsweise keine 1 war das damals noch. Weil ich will dich motivieren. Und seitdem habe ich nie wieder was in Mathe gemacht. Und seitdem bin ich noch schlechter geworden. So, ich würde sagen, den lassen wir mal stehen. Obwohl, ich könnte ihn gebrauchen. Komm runter. Oh, du Dreckstück. Wow. Das ist ja ein Beschiss, ey. Ich hasse Kampfkolosse, die sind so nervig. Was ist das für eine bescheuerte Begründung? Achso, ja, die fand ich nämlich auch total bescheuert. Und seitdem habe ich nie wieder was gemacht, weil ich mir dachte, leck mich doch. In netter. Also, ne, ich dachte mir, dann brauche ich mich auch nicht mehr anstrengen. Dann ist mir egal. Weil wenn ich nichts dafür bekomme, wenn ich mich anstrenge, dann bleibe ich halt bei der 2. Was soll's. Also, ich meine, es ist nicht Verantwortung ab... Ich bin selber schuld, dass ich nicht gut in Mathe bin. Ne, ich will die Verantwortung dafür nicht abgeben. Aber das war praktisch der ausschlaggebende Punkt, warum ich mir dann gedacht habe, warum soll ich noch was machen? Wenn ich eh nichts dafür bekomme. Das ist so... Da kann ich auch Mitteling bleiben. Also, halt mit der 2 plus oder so. Ist okay. Komm, kann ich mit leben. Wird Kret später eh kein Haar nach. Also, ja. Bin bei der 2 plus geblieben. Und später dann natürlich ein bisschen mehr abgesagt. Ist klar, weil wenn du nichts mehr für machst, wird das hier nicht besser. Aber, ja. Seitdem hat mich Mathe nicht mehr interessiert. Weil ich lieber Sachen habe, bei denen ich Erfolge verzeichnen kann, als Sachen, die mir dann eh nichts mehr bringen. Also, didaktisch gesehen eine große Leuchte. Diese Entscheidung. Definitiv. Er hat genau das gebracht, was er sich erhofft hat. Also, eigentlich nicht. Weil die mochte mich auch eigentlich. Aber, ja. Du bist nicht selbst schuld. Ich habe immer versucht, das zu lernen. Aber ich habe es nie richtig begriffen. Kann planen, wieso. Vielleicht bin ich einfach dumm. Dumm. Das kann einem einfach nicht liegen. Aber ich hatte halt... Ich war wirklich in der 6. Klasse auf 1 in Mathe. Eigentlich. Ich kann es hier nicht leiden. In diesem Land ist alles so bedrückend. Ganz anders als in Edan. Ja. Okay. Du kannst gerne wieder zurückgehen, Mädchen. Aber wir müssen hier leider einen Job erfüllen. Wir sind dämlichen Konverterplan. Oh, mein Gott. Wie viele Mutanten-Assis hier rumlaufen, ey. Oh, noch ein Patron. Ja, den kann ich gebrauchen, ey. Der war nice. Der hat schön gezogen. Ich würde gerne über den Berg, ey. Da bin ich weniger schneller beim Ding. Sorry, Shiro. Ich muss dir Mords fragen, wenn du links posten willst. Und die müssen irgendwie sich wieder erinnern, was die Commands waren. Okay. Trotzdem ist es geblockt worden, nämlich von Mubord und nicht von dem Auto-Dings. Automord hat es vielleicht durchgelassen, aber Mubord nicht. Mubord sagt nein, Shiro, sorry. Da ist kein Link drin. Ja, trotzdem sagt er nein. Da kann ich doch nichts für, Mensch. Ob das ein Link ist oder nicht, ist mir egal. Er sagt nein. Okay. So. Da sind wir beim Konverter. Müssen wir mal gucken, wo wir da reinkommen. Ist ja schön, dass sie hier Wehrgänge haben, ne? Aber wie wäre es, wenn sie die Wehrgänge mal besetzen würden? Nichts, dass ich es schwerer haben möchte, aber ich finde es so schon nervig genug. Aber es sind ja nur vier Stück, die wir noch umhauen müssen, dann ist es vorbei. I don't know, Shiro. Weiß ich denn, wieso der dich da blockt. Vielleicht mag er dich einfach nur nicht. Das kann sein. Mubord ist ein bisschen eigensinnig. Warum komme ich da nicht rein? Oh, so, weil ich mich... Ohne Schlüssel wird das nichts. Ohne Schlüssel wird das nichts. Wo kriege ich den Schlüssel her? Oh, you gotta be shitting me, right? Also jetzt muss ich hier alles umkloppen, um den scheiß Schlüssel zu finden? Weil ich meine, wo bekomme ich den Schlüssel her? Ich meine, versuchen wir mal, die Typen hier umzuboxen. Auf einmal ist es Symbole zu klicken. Wow, Schatz. Na ja, baut nur weiter ab, hier Narren. Wo kriege ich denn den Schlüssel her? Hier draußen ist niemand. Ich meine, ja, super Idee, aber... Danke schön, Schatz. Alles gut. Hattest du dir was getan? Aber, aber, Symbole sind keine großen und keine roten, Schatz. Damit nope. Aber, nein, darfst du auch nicht. Aber ich denke, wenn wir nächstes Mal weitermachen, nach diesem Part, also, ne, beim nächsten Mal, wenn wir, wenn wir dann weitermachen, ähm, im nächsten Stream, dann kriegen wir es durch. Und dann gucke ich, dass wir es so planen, dass wir es auch durchziehen, komplett. Mal schauen, ob das jetzt nächste Woche sein wird, weiß ich nicht. Ja, wie soll ich denn bitte da reinkommen, Leute? Schon mal überlegt. Ich meine, äh, umsonst wird diese Reise nicht gewesen sein, weil wir immer noch den, den, Spawnpunkt jetzt hier haben. Na, nicht Spawnpunkt, das ist falsch ausgedrückt. Den Teleporter, mit dem wir dann wieder hier hinkommen können, aber... Irgendwie ist es doch umsonst. Weil... Gibt es hier irgendeinen Trick bei? Es kann doch nicht sein, dass das hier irgendwie storyabhängig ist, dass ich hier hinkomme. Oh, so ein Scheiß. Einen will ich auf jeden Fall fertig machen. Dann gehen wir nach Tavar. Gucken wir mal, ob wir den platt bekommen. Gut, da war ich auch schon. Nach dem Teller ganz, Melly. Das ist gut. Denn in der Ecke da kriegen wir den Mist auch nie wieder raus. Also, Vorsicht. Vorsicht. Vor das Gesicht. Naja, wir müssen trotzdem hier rein, das Ding ausschalten. Hiko, da banne dich nur, weil ich dich liebe. Bitte hasse mich nicht. Auch wenn ich mal einen kleinen Fehler mache. Bots sind auch nur Menschen. Hashtag Mottel auf. Äh, Mool auf. Wer hat das jetzt wieder geschrieben? Der Kater wieder, ne? Mibot. Wow, Kater. Seht ihr, Leute? Das ist der Ausdruck purer Liebe von Mubot. Euch gegenüber. Das ist nicht wunderschön? Absolut wunderschön, oder? Absolut wunderschön. Hier waren wir schon drin. Warum ist das Ding nicht aus? That's what she said. Ich werde hier auf dich warten. Ja, ich erinnere mich nämlich. Hier waren wir nämlich mit dem einen Typen. Aber vielleicht durften wir nicht. Durften wir es zu dem Zeitpunkt noch nicht ausschalten. Oder uns fehlt irgendein Schlüssel, oder sowas. Ähm, Kaja kann porten. Die Hexe. Und jetzt wird hier nämlich komplett kahl geplündert. Dann, neue Stufe. Yay. Unsinnige Kamerafahrt ist unsinnig. Hashtag too easy. Ja, genau. Jetzt zwar, hindert zwar keinen daran, einfach hier reinzugehen, wieder auf on zu drücken. Und das Ding ist wieder da, ne? Aber ist okay. Weil wir zerstören ja nicht mehr die Konsole. Wir drücken einfach nur auf off. Und sagen, jo, damit hat sich's. Ist cool. Ich krieg Mubot einen Keks. Ich will auch einen Keks. Warum krieg ich einen Mubot Keks? Und ich krieg keine Kekse. Was? Was? Mano. Ich krieg keine Kekse. Ist voll gemein. So, Elex mitgehen lassen. Also das hier war wirklich easy. Okay, wir bekommen später den Special Cookie. Wow. Ähm. Ja. Krieg der Maschine. Da haben wir einen wieder weniger. Warum auch immer ich da noch nicht geht? I don't know. West.. West Khzarkor. Ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-าร. Hui. My goodness. Ist der weit weg. Und Ost Khzarkor ist dann wahrscheinlich der da. Ja, dann gucken wir mal, dass wir den Westen schaffen. Ich hoffe, hier ist richtig. Da ich leider keinen Kompass habe, habe ich keine Ahnung. Nee, es ist nicht. Da ist richtig. Ach so, hier war ja auch einer. Die andere Seite war doch richtig. Tolles Erdäpfelpüree. Schatz, warum posest du HTML-Code da rein? Ja, Image Source, Alternative, Data is Emote, gleich 1. Steht bei mir so da. Also definitiv HTML-Code bei mir. Das erfordert schon Skills, ja. So Skills, dass ich nicht mehr erkenne, dass es HTML-Code war. So gut ist Melly. Sie muss nicht mal wissen, worum es geht und kriegt es trotzdem hin. Das ist ein normaler Text, aber schaut mal im Stream. Ja gut, ist schon wieder weg. Schaut mal im Video. Muss ich da durch? Ja, ich will da auch nicht durch, weil ich weiß, was auf der anderen Seite noch existiert hat, was wir nicht kaputt bekommen haben. Ach, Shiro hat es gesehen, okay. Hey Freunde. Nix da, mein Freund. Ich bin Berserker. Ich bin geil. Und du kannst nix. Du kannst gar nix. Nur drauf gehen kannst du. Ganz ehrlich, wenn ich das hier als reguläres Let's Play machen würde, ich würde durchdrehen und mich irgendwie erdolchen selbst. Ich wüsste schon gar nix mehr zu sagen über den Mist hier. Guck mal unsere Rüstung an, wie die sich schön mitbewegt. Oh, ich hoffe, das haben wir so wenigstens. Dann kam besser. Ah, hier. Oh Gott. Ja, ich erinnere mich dran an die Ecke. Meine ich zumindest. Ja, guck mal, hier waren wir doch letztens erst. Beim letzten Stream. Erinnert ihr euch an die Ecke hier? Ich erinnere mich an die Kämpfe, die ewig gedauert haben. Hier haben wir doch die Truppe erledigt, die hier ankam. Genau, und da müssen wir auch gleich hoch. Du kannst ja ganz viel Elex essen, dann spürst du den Schmerz nicht mehr. Ja, das stimmt. Aber dann habe ich andere Probleme, fürchte ich. Dann hasst mich Melly für immer. Wisst ihr, was ich noch trauriger finde gerade? An diesem Spiel, das überhaupt eh schon leider sehr traurig ist. Dass ich nämlich gerade, wenn man sich hier umguckt, da nämlich an ein traurigerweise besseres Spiel, oder was heißt traurigerweise, ich freue mich, dass es besser ist, aber an ein besseres Spiel erinnert werde, nämlich an Horizon Zero Dawn. Mein Gott, ich fand das Game so gut, ey, und so gemein, und so böse. Aber deshalb auch, wow, warum ist hier so assi kalt? Ja, das heißt, ich kann es vergessen, ich komme hier gar nicht durch. Ich meine, wir können mal gucken, wie lange ich damit, damit durchhalte. Okay, wenn das die einzige Barriere ist. Aber ich will hier nicht alleine durch... Oh mein Gott. Und da ist ein Crony. Was ist denn jetzt passiert? Von den Pennern da oben hat mich einer erwischt. Oh, ganz ehrlich, gegen die ganzen Truppen da komme ich locker an. Aber nicht gegen den Kampfkoloss. Dead. Trink was. Trink mehr. Töte den Kampfkoloss. Yes, der ist tot. Okay, das war gut. Ja, ha, 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 ha. All dead. All dead. Noch einer? Yeah, einer ist noch da. So, das war stylisch. Problem, wir haben bald keine Heiltränke mehr. Oder essen. Deine Balance wieder auf dem... Oh ja, ihr, ne? Sehr gut, sie kann das auch. Ich mache euch Feuer an den Klöten. Oh, gruselig. Alter, das ist ja echt hardcore hier, das. Okay. Gibt es von XCOM World of the Chosen nicht einen DLC? Noch nicht, soweit ich weiß. Schiro noch nicht. Oder war das Schiro? Ja. Also von World of the Chosen gibt es momentan nichts, soweit mir bekannt. Es soll kommen. Ja, aber ich muss hier hin. Ich muss nur die scheiß Konverter kaputt hauen, damit der Typ endlich mal seine Pflichten wahrnimmt. Ich hätte ganz ehrlich noch gern ein paar mehr macht Wellen. Also wäre cool, wenn ihr hier noch ein paar rumliegen haben könntet. Danke. Wie bestellt. Ganz ehrlich, lasst mich diesen scheiß blöden Dings hier wenigstens bekommen. Ist das ein aktives Turret? Eine, das ich nicht verwenden darf zumindest. Trockenfleisch, eine ganze Menge Elixit und überall ist hier Viehzeug. Hallo Chicken. Und den zweiten Teil, dein Name spreche ich bitte nicht aus. Danke. Schön, dass du reinschaust. Wir sind gerade dabei, zu versuchen, zu den komischen Konvertern vorzudringen. Ah, diesmal haben wir sogar den Dings gesehen. Sehr schön. Ich würde hier nur gerne vorbei, ohne dass mich der Koloss erwischt. Ich will diesen blöden Konverter einfach nur weghauen. Das reicht mir. Und da ist er. Hier war irgendwo noch ein Teleporter. Okay, wir laufen genau drauf zu. Was denn? Sorry, Leute, ein Moment. So, da sind wir wieder. Sorry. Geht sofort weiter. Na dann. Wenn der das macht, hä? Trotzdem. Darum geht's nicht. Umgebannt werden bei Twitch. Es könnte ja sein, dass sie dich bannen, aber... Ist egal. Ich will zu diesem Konverter, während Kaja da... Ach nee, ich hab die Viecher da reingelockt. Das ist noch nicht mal. Oh, cool. Aber sie hat den blöden Kampfkolossen mitgebracht. Das ist nicht so... Oh, noch einer. Ich will einfach nur hier dran vorbei. Ich hab keinen Bock gegen die Bimbos hier zu kämpfen. Alles, was ich will, ist... Äh... Komische... Cthulhu-anmutende Sachen machen. Oh my freaking God. Wie wär's, wenn wir noch ein paar mehr Gegner hier hinstellen? Super Idee, super Idee. Tschüss. Ah! So, Drohne hin. Jetzt hau ich die Kampfmaschine kaputt. Die anderen kommen ja zum Glück nicht hier hoch. Hahaha. Wie wir uns hier eingeschlichen haben. Sau gut. So, jetzt müssen wir nur überleben. Und mir geht langsam die Heilung aus. Aber es wäre schön, wenn wir den noch schaffen würden, den Konverter, bevor ich den Stream beende. Seit zwei Jahren. Oh, wirklich? Hm, naja. Wie dem auch sei. Den Konverter kriegen wir noch, komm. Außer es blockt mich am Ende irgendwas, was total asozial wäre. Moin. Oh nein, 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 warte mal. Hallo? Ich würd gern... Oh, Elex, mal ehrlich. Kato, halt den bitte auf, bis ich den hier kaputt gehauen hab. Danke. So, jetzt können wir drüber reden, dass ich auch was unternehme hier bei dem. Danke. Super gemacht, Mädel. Das ist mein Mädel. So. Gönn dir noch ein bisschen was. Körperschild. Körperschild, auch eine nette Sache. Brauche ich leider überhaupt gar nicht. Weil ich nicht finde, dass es viel Impact haben sollte. Oh, 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 oh. Alp-Soldat. Komm schon, hack ihn um. Dead. Nächster. Solange der noch hier rumhampelt, der kleine Drecksack. tot. Wunderbar, Leute. Das geht doch wie am Schnürchen hier. Dann haben wir einen der großen Ekel-Konverter schon down. Und dann kommt nur noch einer davon und dann der in, äh, in Ignadon. Indem wir aus irgendeinem Grunde nicht reinkamen. Okay. Hacken? Ich glaube nämlich, dass der Code hier irgendwo steht. Die muss kleiner sein als die nächste. Die muss auch noch kleiner sein. Und dann muss die größer sein. Als die. Das bedeutet, es könnte 0... 2... 5 und dann... Nicht 7, sondern 4 wollte ich eigentlich machen. Danke, Spiel. Nein! Du suck! 5, 4. Done. Ah, really? Okay, die 0 ist richtig. Dann... Ist die 0 kleiner als die 4? Nein, kleiner als die... 5. Und die 5 ist kleiner als die 7 und die ist größer als die 4. So, jetzt muss es passen. Oder es muss eine 8 sein. Die 7 war richtig. Shitty, was denn das? Dann ist das hier die 4. Und das ist die 5. Dann. Das Einzige, was noch übrig war, weil die beiden mussten drin vorkommen. Äh... Okay, so ein bisschen Elixit ist aber eine magere Beute. Ich hätte gerne Heiltränke gehabt, so 50 Stück. Das wäre cool. Große am besten oder mächtige. Mega geil mächtig. Der Shiro, Mensch. Der gewiefte. Der gewiefte Kerle. Gefährliche Gegend. Ja, Kaja passt. Kriegen wir trotzdem hin. Was mir nicht klar ist, wo haben die alle ihre komischen Jetpacks her? So, Kaja und so. Ich meine, die Berserker verstoßen schon sehr oft gegen ihre Regeln, ne? Haben wir ja auch mit... Haben wir ja auch erfahren, aber trotzdem. So, Cleanbot, du musst auch sterben. Wenn ihr schmutzig ist, kommt auch keiner hier rein und zündet an. Äh, oder drückt wieder auf den Anknopf. Ja, Mädel, Elektro ist schon kacke, ne? So. Die Truhe können wir nicht nehmen, aber... Abzugsbefehl. Idealist. Hm. Äh, ist es auch ab und an, da hast du recht, Shiro. Und das hier ist ein schönes Rätsel. Also ich mag diese Art von Rätsel. Weil darauf kommt echt jeder und es ist trotzdem nicht immer eindeutig, meiner Meinung nach. Ich meine, für jemand, der geübt ist, sicher, aber nicht für mich. So, Abzugsbefehle haben wir gefunden. Da. Abzug aus Forschungsstation A1. 23, 10, 155. Der Leiden... Also 23, 10. wahrscheinlich, 155. Der Leideningenieur der Forschungsstation A1 wird in den Eispalast berufen. Es wird mit dem Bau neuer Forschungsstationen begonnen. Oh, okay. Knipp. Knipper Befehl. Haben wir hier schon alles untersucht, aber ich denke schon... Hier ist noch eine Machtwelle. Das war es wert, auf jeden Fall nochmal zu gucken. Hier auch. Sehr gut. Da haben wir nämlich schon wieder gut Ausbeute gemacht. Und da ich keinen Bock auf die Naps hier habe. Da unten, die auf mich warten. Und warum sollte ich sie besiegen? Sie geben mir eh keine XP. Und wir haben die Hälfte zu 29 schon. Die 30 erreichen wir wahrscheinlich sogar noch. Locker. Wenn die Quests gut XP geben, die Hauptquests, erreichen wir die 30. Was haben wir hier noch ne Machtwelle? Jawoll. Schön. Okay. Die geht wieder nicht auf. Komischerweise. Steht der Teufel warum? Oh damn. Hier ist ja richtig was los. Megaconverter. Gut, dass wir die nicht alle abschalten müssen. Also jede Ecke hiervon. Fortschrittsbericht plus 2? Ach, die Fortschrittsbericht 2. Okay. Du, 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 du. There it is. 2. 4. 155. Die Optimierung hat eine Steigerung um 15% gebracht. Die Ingenieure werden die eingeschlagene Richtung weiter erforschen. Für mehr Tests benötigen wir mehr Material. Die erste E-Dex-Lieferung wird Mitte des Monats fertig sein. 13. 5. Rückschlag. Die Maschine hält eine intensive Nutzung nicht aus. Wichtige Teile sind zerstört. Außerdem war nur eine Optimierung um wenig Prozent möglich. 19. 7. Nach mehreren Fehlversuchen haben wir heute einen weiteren Prototypen getestet. 97% E-Dex-Ausbeute, wenn der Prototyp einer dauerhaften Nutzung standhält, kann der Bau weiterer Konverte eingeleitet werden. Ja, also hier haben sie das ganze Ding wohl getestet, um mehr davon zu basteln. Da gibt es noch eine Sound-Spur. Objekt ES 23 ist vorbereitet. Eine Machtwelle, nice. Fixiert ihn. Er darf sich nicht bewegen, während wir die Maschine anschließen. Ah, die sind so nett. Initialisiere Stufe 1. Nein, bitte nicht! Ja. Was ist das? Elektroschrott. Warum liegt der denn hier rum? Okay. Leute, passt. Wir haben auch 30 Minuten. Das heißt, wir werden jetzt zurück in unser Gemach gehen. Und beim nächsten Mal machen wir die letzten zwei, hoffentlich. Die letzten zwei Converter. Und hoffentlich schließe ich das Spiel dabei ab. Mal gucken. So viel fehlt ja nicht mehr, ne? Gerade ein November kommt ja, glaube ich, auch die Siedler Collection. Oh. Ja, die werde ich mir wahrscheinlich nicht holen. Vielleicht irgendwann mal, wenn sie günstig ist oder so. Dann könnte man drüber nachdenken. Aber da habe ich wichtigere Dinge im Sinn momentan. Der neue Rechner muss leider sein. Auch für die Games, die so rauskommen. Okay, ich habe mir jetzt noch Kingdom Come Deliverance geholt. In der wunderschönen Collection von GOG, die gerade läuft. Auf jeden Fall mal reinschauen. 20 Euro oder 21 Euro waren es für drei Games. Drei relativ neue Games. Könnte man sich fast schon niederlassen. Kann man sich mal gönnen. Und ich werde jetzt aber den Stream beenden. Und Melly ist traurig, weil sie nicht Battle Chasers hat. Sie will unbedingt Battle Chasers haben. Wow. Armes Melly-Line. Gut. Aber wir werden jetzt erstmal den Stream hier beenden. Nachdem wir bis zum Morgen geschlafen haben. Hoffentlich mit Kaja. Wer weiß. Ist vielleicht dann nicht ganz erholsam. Der Schlaf. Aber ja. Gut. Hier beenden wir. Ich danke euch fürs Einschalten auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.